Liebe Besucherinnen und Besucher der Lissthaler Berufsschau. Die Berufsbildung hat sich in der Corona-Pandemie als krisenresistent erwiesen. Das freut mich sehr. Denn die Berufsbildung gibt unseren jugendlichen Perspektiven und sichert den Unternehmen den Nachwuchs an Fachkräften. Heute für morgen. Die Stabilität im Lehrstellenmarkt führe ich insbesondere darauf zurück, dass die Unternehmen selbst in schwierigen Zeiten der Ausbildung einen hohen Stellenwert beimessen. Dies gilt auch für die Unternehmen hier im Kanton Basel Landschaft. Sie haben eine hohe Ausbildungsbereitschaft bewiesen. Auch die Chancen für eine gute und reibungslose Berufswahl sind intakt. Schnupperlehren können nun wieder vor Ort durchgeführt werden. Zugleich finden Berufsmessen glücklicherweise nicht mehr nur virtuell statt, sondern sind ein echtes Erlebnis. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, ich kann Sie also nur ermutigen. Besuchen Sie die Berufsschau in Lissthal. Machen Sie sich persönlich ein Bild von der heutigen Arbeitswelt und verschaffen Sie sich einen Überblick über die vielfältigen Berufsperspektiven und Karrieremöglichkeiten, die dank der Berufsbildung offen stehen. Jungen Berufsleuten stehen in der Schweiz rund 230 verschiedene Lehrberufe zur Auswahl. Jede und jeder von ihnen kann sich also einen Beruf aussuchen, der den persönlichen Interessen, Neigungen und Talenten entspricht. Hinzu kommt, dass unser Bildungssystem im Vergleich zu vielen anderen Ländern äusserst durchlässig ist. Das heißt, dass es fast keine Rolle spielt, für welchen Beruf man sich zuerst entscheidet. Denn nach Abschluss einer Berufslehre ist eine berufliche Weiterentwicklung oder Umorientierung immer möglich. Jungen Berufsleuten steht die ganze Palette der höheren Berufsbildung offen. Oder Sie absolvieren die Berufsmaturität und studieren anschließend an einer Fachhochschule. Über die sogenannten Passerelle ist auch ein Studium an einer Universität oder an einer eingenössischen technischen Hochschule möglich. Kurz gesagt, allen, die motiviert sind und die Voraussetzungen mitbringen, stehen in unserem Bildungssystem viele Türen offen. Ich danke den Organisatoren der Lista aller Berufsschaft und ich danke allen Lehrbetrieben. Sie sind das Rückgrat der Berufsbildung und von zentraler Bedeutung für die Schweizer Wirtschaft. Das Engagement, das die Lehrbetriebe zusammen mit den Kantonen sowie den Berufs- und Branchenverbänden an den Tag legen, trägt maßgeblich zum Schweizer Erfolgsmodell bei. Ihnen allen wünsche ich eine erlebnisreiche und inspirierende Berufsschau.